Moin Kinder-Sani, auf euch geht's gut, auf kleine Einspieler am Dienstagmorgen, heute mit ein paar etwas spezielleren Folgen. Wir haben ja eine Imposter-Runde auf Mira, ich bin ja absoluter Fan von Mira, da haben wir als Imposter mal ein bisschen aufgedreht und mit der Main-Gruppe eine, ja, More-Roles-Mod haben wir gespielt, da hat man ganz viele Rollen zusätzlich zum Imposter und zum Crewmate, unter anderem den Sheriff haben wir da, wir haben da den Joker, wir haben da den Medic und wir haben da den Ingenieur. Ich bin Ingenieur geworden und es kann sein, dass ich da sehr, sehr nützlich war in der Runde. Leute, falls euch die Runde gefallen hat, ne, beziehungsweise die Runden, falls euch die Folge gefallen hat, dann will ich mich über ein Like und ein Abo freuen und falls ihr mehr Videos von, ja, solchen Mods sehen wollt, von Sheriff Mod oder ähnliches, dann will ich mich über einen Kommentar freuen, haut da einfach mal rein. Leute, ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge, haut da rein, Kinder, peace. Ingenieur, naja. Repair. Helfen wir doch mal erstmal in Vent, oder? Mhm. Pasal und Franz. Hallo. Hallo. Ich hätte gerne Lifeline-Info. Hey. Ähm, ich war grad als letztes Lifeline, da war die gleiche schon tot. Das interessiert mich nicht mehr. Ich kann dir eine andere Info geben. Die ist auch irrelevant für den Streifort. Timmit, du standst in der Nähe. Ich weiß, was Franz meint, glaube ich. Warst du dran? Ja, ich war kurz dran, ja. Und, hast du was gesehen? Nö. War noch alle am Leben. Na gut, dann muss es recent sein. Ich spreche jetzt eher, äh, wartet, wartet. Ich spreche jetzt eher im Peachy an. Ja. Und ich spreche eher, ich glaube, Flask an. Nee, Timmit war noch da bei Lifeline. Nee, waren Peachy und Timmit. Flask vor unten ist unten aus dem Tor ausgelaufen in der Camp, Franz. Ja. Unten aus dem Tor war gerade in Weapons. Peachy und Timmit. Äh, stimmt. Da hab ich dich gesehen. Aber Peachy war in der Lifeline. Erzähl mal. Peachy und Timmit waren zusammen dran, Franz. Da waren wir noch zusammen in der Camp. Mhm. Bei der Lifeline, ja. Da war noch kein Kill. Mhm. Okay. Dann war Karuso auch derjenige, der nicht beim Storage-Task gesehen hat. Weil Karuso liegt in, 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 in Storage. Mhm. Hab ich gesehen. Wer? Was? Du hast gesehen? Nee, ich hab nur gesehen, wie du reingelaufen bist in Storage. Wie? Ich bin über Storage gelaufen. Ich hab deinen Namen so reinlaufen sehen. Mhm. Der Killer ist dann aber relativ frisch. Ich würd' sagen, vielleicht 10 Sekunden alt. Ja. Maximal. Wie gesagt, ich hab mal einen Camps gesehen und bin dann raus. Genau. Ich hab halt die Lifeline-Info. Ich hab halt gesehen, wie gerade genau dann einer ins, also einer war Storage und wie der zweite reingerannt ist. Dann muss er in dem Moment gestorben sein. Mhm. Warst du mit Peachy am, äh, Admin, oder was? Äh, ich war alleine. Peachy hab ich nicht gesehen. Die war dann weg, ja. Ich bin dann in den Lifeline zurückgelaufen lassen. Okay, also in Office waren, in Office waren, ähm, in Peachy und Mirana. Auf der linken Seite waren Parzival. Parzival kann ich halt nicht sagen. Der kann durchaus, äh, wenden, killen, zurückwenden. Dann haben wir Fläs, der unten in O2 raus ist. Der kann natürlich auch dort rübergerutscht sein. Ansonsten weiß ich nicht, wo Tim, Flobby und Parzival waren. Und Han. Entschuldigung, Han können wir auch vergessen. Äh, Franz, wir waren, also wir waren zusammen in Camps. Ich war grad schießen in Weapons. Ich hab ja das mit Peachy und Timmit. Und lässt genau Tui ja grad nichts sagen. Ich hab keinen in Specimen gesehen. Ja? Doch, ich... Nicht gelogen. Ich war in Lab und bin jetzt grad in Specimen angekommen. Ich hab keinen Punkt in Lab gehabt. Peachy hätte auch einfach in Office wenden können. Hoch zu Storage. Nee, ich bin aber rechts raus aus. Nein, nein, nein. Wir waren in Camps. Ach, rechts raus? Gebt nicht. Die Specimen-Info ist falsch, weil ich in Specimen keinen gesehen habe. Und auch in Lab, es waren, wie gesagt, alle linksorientiert. Wer war... Oh, glaub ich, was tust du? Auf jeden Fall ist es nicht falsch. Nein, ich... What are you talking? Nein, das ist... Das kann doch sein. Da lügt, da lügt. Oh, oh, Floppy. Warum? Es fühlt mir das doch nicht ausklingen. Oh. Mhm. 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 Ich hab einen Imposter. Ja. Das ist ein Peachy. 100 pro. Sorry, vermutet. Wieso das? Ich hab dich wenden gesehen. Und das Problem ist, ich bin Ingenieur. Ich hab dich wenden gesehen. Wo willst du mich wenden gesehen haben? Du warst, du bist oben rechts in Lab, äh, wo ich als Ingenieur, haha, untergetaucht war, äh, bist du reingehopst. Und da hab ich dich jetzt garantieren. Okay, alles klar. Nachdem Vles gesagt hat, letzte Runde, als ich da Dad war oder so, irgendwie, dass er Ingenieur war, blablablablablabla, trau ich irgendwie gar keinem mehr. Also auch eine sehr interessante Thesee, aber ich bin direkt am Anfang in Specimen rein, ähm, hab dort meine zwei Tasks gemacht, bin links jetzt wieder aus Specimen raus und hab dort, äh, Timmit gefunden im Admin. Ich hab nicht gewendet. Ja, wie bist du in den Admin gekommen, wenn du vor... Der Kill ist sehr, sehr frisch. Ich bin, ich bin Timmit vor Lights Out, ähm, vor Storage gecrossed. Kurze Frage, Timurus, wo bist du denn jetzt zuletzt, weil du standest mit mir noch am Admin-Panel? Äh, ich steh in den Camps gerade. Also, Franz hat gesehen, ich bin am Ende reingelaufen. Sollte mich gesehen haben. Ja. Kann ich leider nicht bezeugen. Es gibt übrigens zwei Möglichkeiten, Mirana. Sorry, Mirana... Mirana... Du bist gerade runtergegangen in O2, hab ich gesehen, und ich bin halt Camps. Kurze Info, ich möchte sagen, Timmit ist, genau als die Lights ausgegangen sind, gestorben. Vlesk ist jetzt, nachdem die Lights gefixt wurden, gestorben. So mal Lifeline-Info für alle. Aha. Für mich gibt's drei Möglichkeiten. Entweder Mirana ist Imposter und hat gelogen, dass ich dort nicht bin, um halt, ja, ich halt verdächtig zu machen. Mirana, hast du gesehen, dass ich im Specimen war? Und will sich irgendwie selber damit verdächtig machen? Ja, ich hab auch im Specimen gesehen. Oder Mirana ist... Okay, gut. Dann sind's... Dann sind's... Okay, dann sind's Saves Mirana und... Also, Peachy hab ich gesehen, Wenden... Also, Wenden gesehen, Wenden... Mirana Lobby? Nein! Nein, Leute! Nochmal! Ich habe... Ja, ich... Ich will diese Scheiße nicht haben. Dann sind wir wieder... Hä? Wieso sollte ich denn bei sieben Leuten sowas callen? Ich hab sie Wenden gesehen und ich bin Ingenieur. Es meldet sich auch... Wer ist hier ein anderer Ingenieur? Nein. Leute, votet einfach Peachy. Danke. Warum denn? Wir teilen uns... Wir teilen... Warte doch. Zweitens kann Mirana bestätigen, dass ich im Specimen war. Ich bin links unten im Specimen wieder reingegangen und habe gerade selber die Leiche von Timid reported. Der Einzige, der gelogen hat in der ganzen Geschichte, ganz am Anfang war Wenden. Okay, dann sag ich euch jetzt noch ganz kurz einfach laut, was ich euch sagen wollte. Han kann einfach gleich die Sabotage ins und fixen. Dann wissen wir, dass er Ingenieur ist, wenn eine kommt. Das wär so ausgesprochen. Teilt euch auf und geht da oben hin. Eieieieiei. So, damit ihr es auch gesehen haben. Mhm, mhm, mhm. Kann ich hier eigentlich mit Leertaste rein? Jo. Chillig. Ist ja eigentlich übel. Lol, ich hab gerade irgendwas gesehen. Mhm, mhm, mhm. Franz ist. Franz ist. Wir haben Tim Horus jetzt da hin. Franz, Tim Horus. Ich glaube, die Leute versuchen mich jetzt hier zu spotten. I guess. So. Macht Sinn, oder? So. Können wir jetzt dadurch, dass es keine Sabotage gibt, auch einfach Han rausworten? Nein. Hä? Warum? Hä? Das macht doch gar nichts. Gerade dann. Gerade dann, Franz. What the fuck? Die Poster haben doch jetzt extra keine Sabotage gemacht, damit Han sie nicht fixen kann. Damit Han sie nicht fixen kann. Einmal erstens das. Zweitens könnte ich die Instant wegmachen. Äh, außerdem wissen wir doch jetzt auch viel mehr, dass eine Poster draußen ist, weil ansonsten könnte potenziell nämlich jetzt was kommen und dann hätten wir verloren. Aber jetzt, 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 also ich sag's dir, ist Franz, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt mich voten, habt ihr einfach nur einen Ingenieur weniger. Das Ding ist, Instant gehen die nicht weg. Als ich in der ersten Runde Ingenieur war, da und das Licht ausgegangen ist und ich das Instant gefixt hab, ging das auch erstmal aus und dann langsam wieder an. Jaja, natürlich, aber trotzdem kannst du sofort auf dem Button hämmern. Franz versucht jetzt, pass auf, ich glaub ich hab auch Franz durchschaut. Franz ist nicht im Poster, ich glaub er ist Jester und ich glaub er versucht jetzt meine Agro und demnach halt die andere Agro halt auf sich zu ziehen. Äh, und ich glaub die andere ist Mirana. Also ich würd jetzt, aber wir müssen voten, ne? Also mit mir, mit mir holt ihr euch einen, äh, Crewmate raus, sag ich jetzt schon. Also ich glaube auch, dass es zwischen Franz und Mirana ist und dass da sogar beide Rollen verteilt sind, nämlich Jester und der Post, wie du schon sagst, Fran. Lass mich doch bitte auf Franz schießen. Seid ihr komplett dehentriert? Ich will jetzt einfach nur das Fifty-Fifty rausnehmen. Hä, aber Fifty-Fifty ist Bullshit. Das war kein Fifty-Fifty. Lass mich doch auf Franz schießen. Ich mein, nein, 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 stopp, stopp. Warte, auf Franz schießen? Nein, Franz kann ja, Franz, achso. Wen denn jetzt? Warum sollte ich euch diese Info droppen? Was hätte sie euch vorher gebracht? Ich sage jetzt, ich tue ich's nur auf Franz, weil ich jetzt Sheriff bin. Ja, und schon die ganze Zeit. Nein, weil, wenn du, wenn du vorher gesagt hättest, dass du Sheriff bist, stimmt deine, deine Admin-Info und Flobby ist der Imposter. Nein, ich bin kein Imposter. Ich stand wirklich am Ende vor Specimen. Nein! Dann votet jetzt bitte Frommi raus. Das passt mit der Leute halt absolut von. Versucht's bitte irgendwie zu teilen. Wir voten hier sonst gleich zu 100% irgendwie ein Jester raus, der grad irgendeine Scheiße erzählt. Ja, Hahn? Nein, ich bin, ich bin Ingenieur. Ansonsten, ich bin entweder Ingenieur, ich bin entweder Ingenieur oder ein Poster. Ansonsten hätte ich doch den Vent nicht gespottet, weil ich im Vent gechillt habe. Hahn ist Ingenieur, ja. Ihr habt das doch gerade gesehen. Ja, oder du erzählt Scheiße. Oh shit. Ja, aber wieso soll ich das? Nein, Franz. Ich glaub Mirana ist eher... Nein! Stop, Franz! Nein, Flobby! Ja. Ja, schade. Ja, gut. Dann müsste es jetzt passen. Okay. Ja, geteilt. Basically so ein bisschen. Nee, nee, Flobby war ja dann... Es sei denn, Mirana ist nicht Shadow. Gut. Ich hoffe, dass das jetzt stimmt, weil die Lüge war... Naja. Hä? Ich glaub immer noch ist... Nicht gemütet? Ja. Ich glaub immer noch ist es Tim Hoos. Oder? Hä? Wann ist das so verwirrt? Wadda? Hier ist nichts. Mirana? Okay. Okay. Oh nein! Oh nein! Huh. Schwein gehabt. What? Das war ein aus Versehen-Kill! Das... Ich wollte ihn gar nicht killen! Das war aus Versehen! Jetzt... gut aus dem Ruder gelaufen... Das ist aus Versehen verstanden! Mirana? Schade! Erklärt mir noch wer wer... Also... Warte mal. Franz war's nicht Jester. Warte, 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 warte. Ich war Jester. Peachy und ich waren Imposter. Und du hast gerade damit die Runde gewonnen, Mirana. Ja Tim Hoos hätte ich... Ich hätte dich aber auch jetzt... Ich hätte dich jetzt aber auch gewartet, Tim. Aber ich war null! Komm doch nur Imposter runter. Direkt hinterher! Oh mein Gott! Spiel den selben Song nochmal! Und hallo Paddy, wie geht's dir? Dnnnn! Dn! D anth הב�ä... Tschüss Stella! Oh, wir äh was... Ja Moment... Fuck. Ahaha... Ah. Habe ich dir das nicht gesehen? ich habe im dunkeln vor die konvent aufgeben sehen habe ich auch gesehen und links war ich bin ich wir waren so ungefähr auf einer höhe deswegen also krieg dieses nicht gesehen also innen drin oder was also ich stand vor der tür dann habe ich den wend gesehen dass ich habe erst reingehopst sprich nicht raus dann kam mir knechte entgegen und ich wollte einfach nur weg vom wend also knechte kam mir von oben entgegen keine ahnung wer kam aber er war nicht die kam mir ja schon entgegen wo ich dahin gelaufen bin wenn wenn wir den selben ort meinen unten unten vor die konten ganz unten ja genau da stand ich unten bei die kabel da ja ich wollte erst damit laufen ist knechte da nach rechts ich habe an die nicht gesehen ich habe eine knechte gesehen weil er in mir drin stand ich habe niemanden ich habe die kabel gemacht also ich habe die lights gefixt ich glaube runa und haben ihr kamt vom gang ja haben hier entgegen aber im leichten die war schon da anny habe ich ja noch ich bin mit anny hochgegangen die ist an den weibes gewesen hier bevor du zu dem gang gehst auf der linken seite da ging ja die leute ich wollte dass sie mit mit kommt ist sie ja nicht dabei ich leid und dann kam auch runa und hamming wo ich die und dann bin ich von den kabeln bin ich runter gegangen richtung die konnten zu den kabeln und da kam mir dann knechte entgegen ich bin da mitten durch gelaufen knechte nach rechts weg gelaufen als event passiert pass auf als event passiert ist stand ich vor der tür dann habe ich unten links weil dicht war ja noch aus dem wend gesehen da bin ich ganz schön nach rechts da habe ich knechte gecrossed und keine ahnung wie ich danach hingelaufen ist aber ich weiß dass er es hundertprozentig nicht wahr richtung richtung launchpad bin ich gerannt also han und deda ihr seid beide zusammengegangen nein ich bin mit andre alleine gegangen und andere liegt auf dem wend im reaktor übrigens also kämpf und hier nehmen wir das nämlich euch krumm ich liebe euch trotzdem aber nicht die und ich wir sind ja am spionieren du hast mir hier gar nichts krumm zu nehmen ich liebe dir was sind die alle besoffen da kann mir doch keiner erzählen hey was imeen ho victory Oh, oh, Hamming, komm mach, sieht die eh keiner. Okay, wo kamst du her? Äh, von oben. Von oben. Ich war in Atmetaper, es waren auch mehrere Leute da, Knechti war auch dran, es waren zwei Punkte in Cafeteria, da wollte ich mal nachgucken, ob eventuell da irgendwas gefallen ist an Kill. Und dann kappt ihr beide ja schon raus. Nee, die Himmere liegt links. Ich fände es aber komisch, dass du direkt umgedreht hast, sobald du uns beide gesehen hast. Ja, weil es waren ja nur zwei Punkte, da brauche ich doch nicht weiter runtergehen, oder? Wenn zwei Leute mir dann entgegenkommen. Okay, helfen wir mal eben auf den Sprünger. Wo ist es in der Kill? Ähm, Dreierkreuzung links den Gang runter. Ja. Lia war es nicht, Runa war es nicht. Ähm, Warnboltsch war, glaube ich, gerade bei mir oben. Ja, wir stehen im Atmetpanel. An mir habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen. Ich bin Admin. Runa, hast du Anni gesehen? Ähm. Hallo? Ja, auch beim Atmetpanel. Ich bin gerade, habe gerade die Kabel gefixt oben bei Greenhouse und wollte auch gerade zum Admin reingehen. Wie lange seid ihr in Admin gewesen? Sie waren die ganze Zeit da. Dann wisst ihr, habt ihr auch sehr, sehr lange jemanden in Medbay stehen sehen? Ja, einer war auch in Medbay. Das war ich, meine Freunde. Hab den Scan komplett durchgebügelt. Das ist super und schön, dass auf der linken Seite der Kill ist, ne? Aber würde ich das dann sagen? Ich bin im Übrigen jetzt schon wieder vor der Tür von Dikon. Da, wo ich auch gerade mit Knecht rumgeleckt habe. Wir kamen mit Dela zusammen und als Cap kam auf uns zu, drehte direkt um und rannte dann direkt mit uns auch in die Richtung von der Leiche. Ja, aber Knecht, ich kann ja bezeugen. Ich war ja im Admin-Table, ihr müsst ja auch gesehen haben, dass zwei in Cafeteria waren. Daraufhin bin ich ja runtergegangen. Ihr kamt beide hoch. Brauche ich ja nicht noch weiter runtergehen, oder? Also ich persönlich war nicht am Admin-Table. Ich war bloß oben im Raum. Oder im Raum, ja. Du warst aber auch kurzzeitig noch im Raum, dass ich daneben gestanden. Kam auch Anni dazu. Und da habe ich auch noch gerade für mich gesagt, ich hoffe, ich werde jetzt nicht von euch, irgendein von euch beiden gekillt. Ich glaube, ich weiß, wo ich aus der Task raus bin, waren die weg und wann wollt, war die mir? Ich habe zwei Susses, und zwar für beide im Poster. Ich glaube, es sind Lia und Cap. Lia, weil sie so ruhig ist, das macht sie nur als Imposter. Und Cap, weil jeder bei irgendwas gesehen hat. Ich bin so überfordert, damit ich mitspielen darf. Du willst es gerne, ne? Nehme, ja, danke für deinen 100 Witz. Kuss, ich liebe dir. Das ist jetzt gerade gar nicht so gut. Sortiertask. Kuss, ich liebe dir. Kuss, ich liebe dir. Elia liegt am oberen Kompsting und ist gerade der Wendt so gegangen. Ihr seid doch gerade beide runtergegangen. Nein. Ja, in Admin. Ich weiß nicht, wo du bist. Irgendwo noch im Gewächshaus. Bei den Kompsting. Ach, da wo man die Lights fix oder was. Da könntest du eventuell doch Hahn gewesen sein, weil ich bin aus Dingens rausgegangen. Hahn kam. Ja, der war gerade oben in Dingens, ne? In Labattory da. Richtig. Nee, nicht in Labattory. Ja, da wo man die Sachen einsortieren kann. Wo man dieses Kristall und einsortieren kann, genau. Also der Wendt ist in dieser Sekunde zugegangen. Also der Wendt ist in dieser Sekunde zugegangen. Dann war es definitiv nicht Hahn. Richtig, weil Hahn ist gerade beim unteren Kompst und der ist mit mir runtergelaufen. Genau. Also ich stand gerade mit Wandold und Dela oben im Gewächshaus. Und ich war da jetzt auch noch cool. True. Wir sind auch in Admin reingegangen. Ich habe noch meine Tasks hinten rechts gemacht, wo du dieses Raumschiff bewegst. Ja, ich meine die auch nicht. Ich bin noch die Wendt in Gießen. Leer stand entweder an der ID oder an dem Table halt. Dann war da aber Kompst im Lab sabotiert. Sie ist zuerst rüber und ja. Einmal für dich, Dela, für mich. Du hast in dem Moment jetzt gerade noch den Wendt zugehen sehen. Ja. Okay, dann sind Anni, Knechti und ich es nicht. Cap und Runa, wo wart ihr? Wir waren beim Reaktor. Ich war gerade zu einem Test. Also ich stand am Test jetzt gerade. Da waren auch zwei weitere Leute. Ich glaube, Knechti, du warst da auch noch. Nein, 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 nein. Wer war da noch? Wer hat das gerade eben die Aufgabe gemacht? Ich stand gerade am Simon's Test, bevor noch der Report kam. Da waren zwei Leute. Ja, ich war da. Knechti stand da, wo ich aus Simon's Test raus bin. Genau. Und dann bin ich raus mit Hahn zusammen runter. Richtig. Das sind Runa und Cap zusammen. Ich meine, ich finde es ja schön, dass Hahn mich saft. Aber ich bin jetzt gerade im, wie nennt sich der Raum? Da wo Komms oder Communications oder so? Ja, ja, du warst mit mir da. Also du warst in der Taskstunde anscheinend und ich stand neben dir. Und Knechti ist gerade in der Uxung. Ach so, das habe ich nicht gesehen. Sprich, es können für mich eigentlich nur noch sein, entweder Dealer und Humming plus X und Ruder oder Cap. Ich würde eher sagen Ruder und Cap. Nein, nein, nein. Hi Moritz, Liebe und bei dir? Okay. 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 Und ich mach da mal was. Lohnspitz. Sag mal Cap, wo bist du gerade hergekommen? Reaktor, ich hab mein Simon Says fertig gemacht und Runa kam da auch hin. Du bist doch schon gerade wieder raus. Ja, ja, und jetzt bin ich in Cafeteria. Ich bin ja nach oben hinweg. Ich hab nur gesehen, dass Knechti runtergegangen ist. Vergiss es, Knechti. Kann jemand bestätigen, dass Cap dort seinen Simon Says gemacht hat? Ich nicht. Ich war mit Anni am Ende, also ich hab Dings gefixt. Was mich gewundert hat, Cap ist auch direkt, obwohl in Coms, also ich hab mich gefragt, wo ich meine Task machen muss. Da hab ich gesehen, Coms ist disabled, kann ich eigentlich wissen. Dann bin ich halt, hab die gefixt und Cap ist, obwohl er es anscheinend nicht weiß, wenn der Crewmate wäre, straight Richtung Reaktor gegangen, obwohl er da schon war. Ja, so, erstens, ich habe gesagt, dass ich an Simon Says war, dann wurde ja die, also da vor die Runde, da wurde befortet. Daher wusste ich, dass ich noch sowieso Simon Says habe, weil ich brauchte noch eine Dingens machen, einen Lauf da und fertig. Ich würd hier wieder, by the way, Anni rausnehmen. Ja, ich kann Han auch rausnehmen. Ich stand am Admin Table und hab gesehen, dass jemand hin und her gewendet ist. Wo liegt denn die Leiche? Das weißt du doch, Cap. Nein, weißt du, Knechti, Knechti ja auch. Ich stand am Admin Table und hab gesehen, dass jemand hin und her gewendet ist. Ja, ich bin... Und derjenige war zum Schluss am Launchpad und da hab ich Dela gefunden. Und du bist mir von... Wo hast sie denn Wenden gesehen die ganze Zeit hin und her? Reaktor oder was? Na, zwischen Medbay, Reaktor und Launchpad. Also sind es Cap und Runa? Nein, 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 nein. Ich frag ja auch Knechti. Also ich bin es sicher nicht. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen... Harmin, bei der Runde davor, da ging doch das Licht aus. Du warst... Wir waren ja fast alle oben bei Reaktor-Labor oben. Ich wollte Cap. Nein, das ist Quatsch, das ist Quatsch. Es ist Zahn, wenn er schon so drauf abgeht, ist es Zahn. Aber Anni und ich, wir sind safe. Glaubt! Lass doch noch mal aussprechen. Der Cap war ja jetzt klar. Ja, Didi-Imposter, Alter. Didi. Didi-Hahn. Hat Knechti mich hier geplayt? Bin mir nicht sicher, Shit. Bin mir nicht sicher, was ich gefl volt? Ja, das ist gut. Bin mir nicht sicher. Bin mir nicht. Bin mir nicht sicher. Bin mir nicht sicher. Bin mir nicht sicher. Hey, ich habe gesagt, hey, nein, nein, es ist ja nicht hart.